Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer neuen GameStar-Funrunde in Trouble in Terrorist Town. Mit dabei sind wieder die ganzen Nasen von GameStar und wir ballern uns jetzt gegenseitig ab. Ganz genau. Inno, 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 Marv, Raven Detectives, Marv. Unglaublich, alle sind mal wieder Inno, ey. Komisch. Kein Detectives. Voll das langweilige Spiel. Wir müssten sieben Leute sein, das ist dann... Wer ist hier, wer ist hier? Mango, oder? Nein, Soul. Gibt es denn mehrere Traitor? Was? Was ist mit mir? Könnte auch sein. Fischkopp, oh, what? Grants, ich habe keine Waffe. Aber irgendwann ist gestorben. Ich habe keine Waffe. Irgendwann hat es gestorben. Wer ist gestorben? Ja, ganz bestimmt da. Geht raus, mitgeschossen. Wow. Ich habe noch nichts mitgekriegt. Fischkopp, geh du vor, du hast keine Waffe. Hier sind Leichen, ich habe Leichen gefunden. Hier sind ganz viele Leichen. Oh, wer liegt denn da? Da ist ein Inno, Inno. Ich glaube, es ist Xardas. Ich glaube auch, es ist Xardas. Warum ich? Er ist abgehauen. Wieso abgehauen? Ich war gar nicht da. Alter, ihr Ficker. Oh, Xardas war es nicht. Xardas war es nicht. Wie ist es, Grants? Nein, es gibt doch zwei diesmal, Leute. Grants verarscht doch wieder alle nur. Okay, Xardas war innocent. Hey, Grants, ich... Ja, nicht schlecht, also nicht schlecht. Jawohl. Nicht schlecht. Zulächt. Du hättest mir aber auch vertrauen können, weil wir waren so lange alleine, ey. Wer ist es gewesen? Ich hab dir noch vertraut. Ich war's. Da, du. Ich mein nur, ich wollte nur mal klarstellen. Wieso hast du einfach geballert, Grants? Ich dachte, halt Xardas ist es. Ja, weil Fischkopp konntest du auch nicht gewesen sein. Wer war auch noch am Leben? Ja, warum bin ich, Simmer? Wer war noch am Leben? Marv! Ich dachte, Marv, der Spectator. Hey, Leute. Ich bin hier oben. Ich bin in der Preparing-Runde runtergefallen. Ja, dann sponst du gleich noch. Ja, du sponst gleich noch mal. Das ist kein Ding. Gut, hallo. Xardas ist bei mir, Xardas ist bei mir. Ja, und Grants bei mir dann sehr wahrscheinlich. Ich hab ihn zwar nicht gesehen, aber... Und Grants random keelt wieder einfach. Nein, dann hat das waschen. Wer ist das hier? Eno, 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 Eno. Wieso sagen wir das eigentlich? Wir sagen eh den. Aus Spaß. Ist doch super, ja. Das hört so zum Spiel. Sol, bist du es? Was? Ich bin bei Sol, 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 Sol. Ich bin immer noch bei Xardas. Ich seh dich gar nicht, Grants. Nicht, Grants. Was möchtest du von mir? Es ist Grants. Ja, ja, ich hab die Terroristenwaffe. Warte runter. Du sagst sie ganz... Ich komm nicht runter. Ich weiß ja nicht, ob ich dir vertrauen kann. Ja, das stimmt. Ich seh da hinten irgendwen. Marv, rennt da hinten rum. Wo? Wieso komm ich die Treppe nicht mal runter, weil du hier in ne Bombe gelegt hast, ne? Hier wer ist hier bei mir? Ah! Hier wer ist hier bei mir? Marv ist hier bei mir. Marv ist von mir. Oh! 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 Und hier ist Xardas. Ja, servus. Gefährlicher für mich als für dich. Ist das hier kaputt? Ich schau mir noch ein paar Waffen. Hier ist ja gar keine Waffen mehr. Ich werde verfolgt von Mango. Er ist es. Lass mal durch. Ich verfolge ich gar nicht. Das ist schon mal eine Lüge. Ich hab keine Waffe. Also ich glaub irgendwie, dass es Kranz ist. Also ich glaub, wir haben den Detektiv irgendwie ausgeschaltet, kann das sein. Ja, oder in der Version, die wir spielen, gibt es einfach noch nicht. Wir hatten doch vor allem mal ein. Xardas, der guckt mich das an. Ich hab nur geguckt, wer du bist, Alter. Boah, ja, ja, ich bin nervös. Wer mich anguckt, ist ein Traitor. Okay. Na. Was hab ich gemacht? Ich darf gar nichts machen, ich bin immer der Traitor. Ich gucke. Oh, tut mir leid. Ich wusste nicht, dass ich nicht gucken darf. Ja, hier hat jemand gerade eine Granate geschmissen. Ich bin bei Mango. Ich bin bei Mango. Die Granate explodiert. Da, Ludwig. Da, Ludwig hat die Granate geschmissen. Ganz suspicious. Also wenn ich gleich tot bin, dann war es Marv. Ich hör eine Bombe piepen. Ich geh zu Marv. Klar, Ludwig, wenn du die selber plantest, dann ist das auch kein Wunder. Nein, 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 dann müssen wir nicht sagen, aber hier ist jemand. Bombe. Ey, Quincy, ich versuch's, ich hab keine Waffe mehr. Schieß, schießen ist vorbei, aber fisch komm, knall ihn ab, wenn er mich geht. Und die Runde müsste ja zu Ende sein, wenn ich tot bin. Wieso ist er sich denn so sicher, dass ich nicht der Traitor bin? Ach, da unten seid ihr alle. Also da hat er ihm eine Granate geworfen, ist dann weggerannt und hat gesagt, dass es eine Granate explodiert ist. Natürlich hast du das, das hab ich ganz genau gesehen. Ich seh hier keinen. Äh, Fischkopf ist das bestimmt, Leute. Wieso der Fischkopf? Rennen hinterher. Na, du, Ramm. Alter, der Soul-Roll läuft mir die ganze Zeit hinterher. Fischkopf schießt. Ja, du bist, du kommst bemerkwürdig vor. Warum denn? Fisch, ey, zwei Leute schießen auf mich, Leute, ich werde jetzt nicht sterben. Ja, Dando, ich trau dir nicht. Mango, Mango und Fischkopf schießen auf mich. Boah, da oben. Ich schieß nicht auf ihn, ich guck nur zu. Xadas. Da oben. Alter, ich darf nirgends hin, ich geh wieder, ey. Ist ja der Wahnsinn. Oh shit. Ich glaube, es sind Fischkopf und Soul. Ohne Spaß, was hast du denn gemacht? Nirgendwo, wo ich hingehe, werde ich hier beachtet. Wer schießt denn jetzt auf Mango? Soul schießt. Was ist denn los mit euch, Leute? Hallo? Ja, waaah, waaat? Mango, Xadas ist es, Xadas ist es. Was? Oh Mann, hab ich nen Aim, ey. Alter, ohne Scheiß. Xadas, es war Xadas. Alter, ohne Scheiß. Nur minimal RDM. 24 hatte ich noch Xadas. Ich bin so schlecht, ey. Alter, die bei uns neu dazukommen, ballern direkt auf mich. Wieso hast du die Granate geworfen dann und hast gesagt, es ist eine Rattel? Ich habe sie nicht geworfen. Ich habe sie nicht geworfen. Du bist danach weggelaufen. Sind wir jetzt eigentlich nur ein Traitor oder zwei? Einen Traitor. Einen Traitor. Alter, aber das ist ne Kack-Runde, ey. Das ist nicht cool. Ohne Witz. Das geht, weil ihr killt ja auch immer Innocence die ganze Zeit. Das war dieses Mal aber nur ich. Oh, diese Map ist so geil. Geil, ich hab die Schachter. Das Spiel ist geil. Ah! Okay, ich bin bei Xadas. Es ist noch gar nicht los, ja, nicht beim Fischkopp. Ich bin bei Xadas. Ebenfalls. Xadas. Yeah, Yenoo. Xadas. Ich war's doch grad. Alter, das gibt's ja nicht. Xadas. Xadas verhält sich auffällig. Errekt uns nicht. Ihr müsst mich immer noch fragen, ob ich lebe, wenn ich nicht sage. Weil ich seh euch beide ja. Ja, der Krenz. Ah ne, das ist Marv. Ah, da ist der Krenz. Wollen wir zum Rest gehen? Ja, komm, wir gehen zu Krenz. Aber hier ist Marv. Hier ist Marv. Hier ist Marv. Hier ist Marv und Marv und Dalu Card. Irgendwer hat geschossen. Dalu Card ist verletzt. Ja, ich wurde angeschossen. Von? Weiß ich nicht. Oh, was ist hier? Marv! Irgendwo ein Sniper. Ich hab gewartet, bis du nach oben gekommen bist. Marv ist oben im Haus. Du schreist wie ein kleines Mädchen. Nee, irgendwo ist ein Sniper. Ich werde verfolgt vom Fischkopp, wenn ich sterbe ins Fischkopp los. Irgendwo hier ist ein Sniper. Es ist irgendein Sniper. Und jetzt ist hier auch noch sorry. Oh Mann ey. Wo ist Marv? Hier oben ist Blut. Wer war das? Wer hat geschossen? Hier oben ist Blut. Wie so ist hier oben Blut? Dalu? Was denn? Lebst du noch? Ja, ich hab ne Uzi. Und ich hab ne Pistole gehört. Das ist eh Dalu Card. Hast du dich schon gehört? Ich hab's nicht gehört. Jeder kann ne Pistole und ne Uzi haben. Starlas ist bei der Windmühle. Mango? Was? Na, bist du's etwa? Servus. Wieso soll ich Fisch's denn jetzt sein? Tanzen wir um den Brunnen herum? Irgendwer hat da geschossen. Komm, wir tanzen um den Brunnen herum. Ja, ich hab doch bei beiden volle Munition. Kann ich dir gerne zeigen. Ja, zeig. Genau, zeig die Munition. LOL. LOL. LOL, da ist ein Loch im... Da fuck. Ich seh sogar... Was? Was ist los? Ich schenk euch sogar Waffen. Bin runtergefallen. Ich weiß nicht, wie ich wieder hochkomme. Und Starlas zieht die wieder rum. Irgendjemand hat geschossen. Wer war das? Ey, nein, nein. Ich mach nichts, Junge. Fischkop, wir hatten auf dich geschossen. Junge, komm bald wieder. Dalu ist es. Dalu ist es. Alle ballern sich fröhlich ab. Ey, wer ist hier bei mir? Ja, der Dalu. Shot Marv. Marv mit der Shotgun. Mit der Traitorgun. Marv du Blutest. Marv du Blutest. Warum? Erklär mir das. Es ist manchmal im Monat so. Marv verfolgt mich, Leute. Wenn man noch lebt. Ich werd verfolgt von Marv. Hier hinten oben. Da sieht mich noch einer Westas. Ich kenn das. Du siehst es genau, wenn er schießt. Guck, wie er verfolgt mich. Ich glaub, ihr seid's. Ja. Oh. Ja. Tschüss. Seht ihr, ich war's nicht. Ich hab meine Unschuld bewiesen. Hat Grenz den grad abgeschossen? Ja, Grenz hat nicht gekillt. Ja, jetzt drückt mal Tab, bitte. Ja, jetzt ist es entweder Marv oder... Ja. Stille. Warnung. Keiner weiß, was passieren wird. Ja. Seht ihr mal nachdem. Alter, wie viel hältst du aus, Junge? Mann! Marv, der Traitor, ey. Marv, ich sag nur Marv, bleib immer! Wer alle sich abgeladen hat, meint sich, dass er das aus Versehen abgeschossen hat. Ich konnt's halt noch nicht hundertprozentig, ich wusste nicht genau, ob wir die beiden Letzten sind. Weil es wird noch kein einziger Tod bestätigt. Krass. Was hast du denn hier für ne fiese Technik? Wer ist das hier? Ich bin Inno. Oh nein, ich bin bei Marv! Ich bin preparing. Marv ist es meistens. Marv ist es immer. Ich bin auf jeden Fall der Dritte. Der Erste ist Xanas, der Zweite ist Dalukat und der Dritte bin ich. Also ich glaub eigentlich ist es einfach nur Dalukat. Das war mal wieder typisch, ich werd natürlich sofort gekillt. In der preparing-Runde, oder was? Wo sind denn hier Waffen? Ich bin Inno. 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 Ich hab auch keine Waffe. Wie gesagt, es ist immer noch unnötig, dass wir das sagen. Ach, deine Mutter ist unnötig. Wir müssen das sagen. Habe ich schon ne Waffe? Oh, ich hab schon ne Waffe. Bin für B-Lure. Hups. Da trage ich nicht. Hilfe. Kranz ist der Traitor. Kranz ist laut. Wenn ich sterbe, ist Kranz ist er ne Shotgun, er hat ne Traitorgun. Gibt Traitorgun? Alle Traitor laufen genau mit ner Shotgun rum. Oh zur Hölle. Ich glaub, einer schlägt mit dem Brecheisen. Ja, ich wollt grad sagen, einer schlägt hier. Ah, einer hängt unten in den Spinnnetzen, glaub ich. Also wenn ich gleich nix mehr sag, dann war's Mango. Ich bin irgendwo unten zwar, aber... Wenn ich nix mehr sag, war's Xardas. Hey! Xardas bei mir. Servus! Und Mango kommt hinter uns her. Leute, ich bin so... Ich bin so... Oh, wer ist das? Wer ist das? Kranz, Kranz, Kranz. Ich, ich, ich. Xardas zielt auf mich. Was ist das hier? Ja. Verwirrung, Stift. Komm ich denn hier raus? Beschossen! Alter, ich werd beschossen! Was ist das denn? Der Soul schießt auf mich. Ja, nix ist. Ja, du hast auf mich geschossen, Alter. Ja, aus Schreck. Aus Schreck, ja klar. Oh, da wo seid ihr denn? Schreck ist ein Film, Alter. Guck mal, dann zeig ich dich jetzt Platz. Woher kam der? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Was hast du gesagt? Hier an der Burg. An der Burg. Und Xardas hat hier nur noch halbe HP. Ich glaub, die haben sich gebettelt. Ja, der, der, der Soul hat mich angeschossen. Ja, natürlich. Wo ist Soul? Äh, Xardas oder Soul ist es? Ja. Wir sind beide hier oben. Was halten wir davon, dass es beide sind? Ey! Löscht es auf mich? Ich bin's einfach immer. Es ist... Soul hat auf mich geschossen, Alter. Quatsch. Quatsch. Ich will doch nicht abgeschossen werden. Irgendwer hat auf mich geschossen. Also, ich bleib jetzt mal hier. Xardas und Soul, einer von den beiden. Ich verzieh mich, weil Marv ist wieder so ruhig. Es ist 100 pro Marv, der rennt hier rum. Ne, es ist nicht Marv. Es ist nicht Marv. 100 pro. Na! Da konnte ich nicht schnell genug. Mango war es auch nicht. Wat? Wer, wie? Du ballerst einfach alle ab, oder was? Ja, ne, der hat Marv gekillt. Ja, weil der Jan gekillt hat. Alter, voll die Kette. Jawoll! Sehr schön. Weil ich versucht hab ihn zu killen. Ach, du Männer. Wer war's? Fischkopf war Traitor. War schön am Randschleichen. Ach, Fischkopf war der. Ja, natürlich. Ich hab alle anderen wieder aufeinander aufgehetzt und hab geguckt, wer sich gerade abgeballert. Wer hat mich gerade abgeballert? Ich war da. Das war Konfederalschaden. Warum? Wie hast du's rausgefunden? Ja, ich hab alle anderen aufeinander aufgehetzt und die haben sich dann nicht mehr abgeschossen. Und da ich wusste, dass ich es nicht bin, musstest du's sein. Oh Mann. Ich dachte erst Xardas hat auf einmal mich abgeschossen. Ja, ich hab auf den geschossen, weil der auf Marv geschossen hat oder so. Deswegen. Äh, wie ist denn dein Karma gerade? Mein Karma. Ach, es geht. Nicht vorher. Äh. Es wäre nicht besser als das von Ravenetics. Ich hab immer noch einen Scout. Die sind Barrik. Schau, schieß auf mich. Ich bin die Priser Inno. Ich will nicht sagen, aber ich steh' ganz bestimmt nicht unten oder minus vier Punkte. Da bin ich mir ziemlich sicher. Graham, was hast du gesehen? Ich hab Papier verloren. Ja, sicher nicht. Und das war ne Schaos. 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 Fuck, ich hab keine Waffe schon wieder, Leute. Ich hab auch keine Waffe, aber ich bin eh in Not. Warum nicht der Blut? Weil Dalu angeschossen wurde. Von wem? Ich glaub' von Mango oder Rentner drüben. Da hinten ist doch ne Scout. Mango ist ganz weit hinten. Es wird wieder geschossen. Hier, es ist Fischkorb schon wieder. Was? Wo ist denn der Fischkorb? Ich hab grad, ich hab grad meinen Ton umgestellt hier, Leute. Hallo! Da. Wo ist denn der Fischkorb? Tod. Leiche looten hier. Ey! Es ist Grenz, der hat alle auf Fischkorb gehetzt. Nein. Ich glaub' oben auf dem Turm sitzt jemand. Aber der Schuss kam aus dieser Richtung. Ja, der kam wirklich aus der Richtung von Fischkorb. So. Oh! Er ist nicht schwarzem! Er ist nicht schwarzem! Er ist jetzt nie gelätscht, Junge! Ihr Schweine! Die ihr immer denkt, dass ich es bin! Ja, weil du die so... Hallo? Wer sind sie erst gestorben? Wer hat denn auf mich geschossen? Warum warst du als Fischkorb? Ich hab überhaupt nicht geschossen. Ich hab meinen Tod noch eingestellt. Wie letztes Mal. wo irgendwie neben mir Didi auf einmal tot war und alle mich erschossen haben einfach, weil sie dachten, ich war's. Und ich war's auch, aber ich hab mich nicht getötet. Und ich war's auch. Also ich hab mich nicht getötet, aber ich war der Traitor. Das war das Problem. Wenn ich sterb, ist es Marv. Wenn ich sterb, ist es Kranz. Bist du gar nicht bei mir? Marv ist auch nicht bei mir. Bei der Hauptsache, du bist es dann, ich bin Enno. Wofür ist eigentlich Ihr Magnetstick, Leute? Damit kannst du Objekte aufheben und als Traitor kannst du Leichen verstecken. Also Kranz, ne? Als Traitor Leichen verstecken. Nee, ich glaube nicht. Doch, ich glaub schon. Fischkopf, also wenn ich gleich nichts mehr sage, war's Fischkopf. Du kannst Leichen an der Wand hängen als Traitor. Und Kranz, ne? Kranz kann das auch sein. Oh, Pistole schießt die hinten. Oder ein Scout. Marv hat, glaub ich, oder? Ich bin mir nicht sicher. Boah, lass mich mal hier hoch. Marv ist es, glaub ich. Ich weiß es nicht. Ich glaub, es ist Marv. Ich glaub, es ist Fischkopf. Ich glaub, es ist meistens Marv. Also irgendwann muss ich auch mal Kranz sein. Wie einfach jeder Verdacht auf Vermutung besteht. Ah, da flog eine Granate von ihr. Irgendwann muss es ja auch mal Kranz sein. Dalu? Ich war das. Dalu, sag mal was. Ja, ich bin noch da. Bist du der Kranz? Ich bin hinter Soul und Mango, die hier zusammen rumlaufen. Dalu, warum hast du die Granate geworfen? Und nur eine Smoke. Warum? Warum? Ein Rifle holen. Warum hast du sie geworfen? Bist du schneller tot? Ich hab Angst vor Kranz. Irgendwie hab ich das Gefühl, es ist Kranz. Da kommt noch einer, da kommt noch einer hinter dir. Vielleicht kommt der zieht auf dich. Ich will wissen, warum du die Granate geworfen hast. Nee, das ist mir, nee, das ist... Was macht ihr denn hier alle, lol? Ja, das weiß ich auch nicht. Deswegen würde ich mich jetzt eigentlich hier verziehen. Ja, ich will auch irgendwie da nicht mit drinstehen. Nee, 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 nee. Das klasse. Dalu? Wo seid ihr denn überhaupt? Könnt euch da oben gern bekriegen, Leute. Ich bin bei Dalu. Ich bin bei Dalu. Wissst du gar nicht? Wenn ich tot bin? Wenn ich tot bin, dann war es Marv. Marv ist mir egal, dass Marv ist. Oder Kranz. Nee, du stehst da hinten. Boah, wie komm ich hier noch mal runter? Ah! Dalu ist es! Was denn? Ich bin auch hier oben! So einen Quatsch hab ich auch nie gemacht. Doch, du hörst es fast die ganze Zeit. Wow, Alter. Ich glaub, Kranz ist es wieder. Ja, Kranz wollte mich grad runterschubsen, ey. Wieso wieder? Ich war's doch noch gar nicht. Ja, deswegen. Irgendwann muss ich auch mal Kranz sein, oder? Ach, der war's noch gar nicht. Nee, ich glaub wirklich, dass es Marv ist, oder? Stimmt, Kranz muss es gewesen sein. Ja, irgendwann ist der denn. Ich glaub nicht, ich glaub nicht. Ich glaub, er hängt mir immer an. Oh, und der zieht auf mich. Ich war gerade erst. Ja, ich zieh auch weiter auf dich hier. Ich lass dich nicht aus den Augen freuen. Wo ist eigentlich Marv? Was ist es? Oh, irgendwer schießt auf mich. Irgendwer schießt auf mich. Marv Traitor drum. Irgendwer hat auf mich geschossen. Okay, wer war das? Kranz? Nee, der war's nicht. Der war nämlich weg. Der war's nicht. Hier, Kranz. Hier, wer ist das? Ich. Ja, Fischkopp. Fischkopp ist es, Fischkopp ist es. Ich will's nicht, es ist Kranz. Aber Fischkopp hat aber nicht auf mich geschossen. Kranz auch nicht. Ja, ich hab nur noch 4 AP. Ich bin im unteren Bereich des Schiffs. Ich weiß, die haben beide gekötet da drin. Marv ist es, Marv ist es. Der steht oben auf dem Turm und snipet. Nein, das ist Fischkopp. Lacker. Wer war's? Wieso snipet der von da oben runter? Wer war's denn jetzt? Es war Kranz, ne? Nein. Wer war's denn? Wer war's? Ich hab keine Ahnung, wer mich gekötet hat, aber... Mango war's, ja. Mango war's, okay. Oh, die Mango schon wieder. Ja, ja. Ey, Fischkopp, was geht mit dir, ey? Ich dachte, du bist nicht Marv, weil ich viel... Weil du so viel ausgehalten hast. Ich dachte, du hast dir ein Armor gekauft. Ich hab nur noch 4 AP. Wo bin ich denn hier, ey? Jetzt ist es aber Grenz. Die nächste Runde ist es Grenz. Ich glaub, ich bin's wirklich. Das Problem ist, ich kann's nicht mehr werden. Ich war ja schon Marv. Das darf sein. Ich bin... Ich bin Detekt. Alter, ey. Ich kann ja nur einmal Traitor mehr. Ich verlaufe mich hier, ey. Oh, diese Treppen hier, ne? Die Leiter. Ja, du musst immer springen in dem Spiel, weil's halt nicht dieses... Probier ich ja, aber es geht nicht. Lass mal durch. Geht nicht, ich häng fest. Ich häng wirklich fest. Inno. Inno. Ich bin auch Inno. Toll, Max-Hardas. Dankeschön. Ich mag nicht mehr Leute, mein Gehirn tut weh. What the hell? Alter, lass mich hier rein. Alter. Ich hab mir Kopfschmerz. Alter. Da, hallo. Oh Gott, alle auf dem Haufen, das ist mir zu heiß. Wer hat denn hier geschlafen? Dalu, was tust du? Wer blutet da? Lol. Dalu, lebst du noch? Dalu? Ja, Dalu ist Traitor. Ihr wisst, ne? Wenn ihr tot seid, nicht reden. Dalu, bist du tot? Nein, Dalu ist Traitor, kann ich jetzt schon sagen. Das ist Dalu's Trick. Kennst? Ja, hier drüben bin ich. Du lebst. Mango? Ja, ja. Mango lebt. Hier Leute, guckt oben rechts, ich kann's nicht sein. Okay, Dalu ist es. Ich kann's nicht sein. Warum kannst du es nicht sein? Weil ich ne Leiche für euch durchsucht hab. Ja, und wir uns auch töten können. Oh, ich hab ne Leiche gesehen, ich war's nicht. Ja, warum sollte ich das denn tun? Dann wisst ihr doch, was wir da tun werden. Ja, weil, damit du uns in die Irre führen kannst. Ich bin es nicht. Du alter Kacknacken. Ich bin es nicht. Als wenn ich das erste Mal mit dir spielen würde. Ich bin's ja wirklich nicht. Ich hab ne Leiche gesehen, ich bin's nicht. Ich knall jeden ab, der hierherkommt. Gens, wo bist du? Ich bin hier bei der Burg. Okay, komm jetzt auch zur Burg. Dalu? Piep, piep, piep. Ich hab jemanden gesehen. Xardas, es tut mir voll leid, ey. Ist Xardas tot, oder was? Nein. Xardas? Lebst du? Xardas? Hallo? Es war, diesmal war es einfach nur ein nervöser Finger, aber ich bin's nicht. Ja, wer hat auf mich geschossen, Marc? Marc hat auf mich geschossen. Wo seid ihr denn? Wo zur Hölle seid ihr? Pass auf, Dalu-Card ist hinter dir. Ja, und? Du hast auf mich geschossen. Er ist wieder zurückgelaufen. Gens, wo bist du? Vertraue mir, ich dachte, es wäre Dalu-Card. Und warum schießt du dann auf mich? Äh, ich bin angeschossen. Ja, Dalu, stopp, 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 stopp. Es ist Marv, Leute, es muss. Stopp, 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 stopp. Wenn du's nicht bist, glaub ich dir jetzt. Hier, pass auf, guck. Okay. Das heißt jetzt was? Marv ist es. Ja, dass du's bist. Warum Marv ist es? Nein, ich bin nicht schon. Marv ist es. Für ihn holen wir uns. Wo ist er denn? Versteckt sie irgendwo und hat wieder eine Bombe gelegt. Wer ist das hier? Wie immer. Grenz ist es. ID von, okay, Xardas. Grenz ist es. Glaub mir. Grenz, wo bist du? Wo sind sie denn? Einer von den beiden lebt noch. Ich hatte Granate geworfen. Grenz ist es. Grenz ist es. Schalte mich raus. Dalu, siehst du sie? Nein, ich seh sie nicht. Okay, das ist das erste Mal, dass ich Dalu jetzt vertraue. Ungefähr. Ich hab wegen dir meine Waffe weggeworfen. Ja, warum hast du das eigentlich gemacht? Guck mal hier. Ich hab einen. Wo? Dalu, du Arsch. Wo? Wo denn, Dalu? Ah, fuck! Ich bin jetzt nicht der Einzige, der noch lebt, oder? Oh, scheiße. Das ist jetzt doof. Ey, mein Gott. Wie sie alle auf einmal ruhig sind. Bitte. Na, ich hab nur noch acht, ey. Ja. Granz war's, ey. Ja, das hat beleidigt gewusst. Da beleidigt er mich auch noch, als ich ihn abgeschüttet habe. Du bist die Sau. Das ist unglaublich. Xana, das warst du mir voll leid. Ja, aber Marv hat einfach so random auf mich geschossen wieder. Dann hatte ich Schiss vor ihm. Du kamst mir so. Lukas, weswegen musstest du so pusten? Weil ich oben am Pampen war. Granz ist einfach überall durchgelaubt. Du hast einfach alles mit so einer Shotgun fertig gemacht. Aber Marv hat's, glaub ich, erwischt, weil ich hatte noch ne Bombe gelegt bei ihm. Ne, ich hab überlebt gehabt. Echt, die Bombe? Ja. Oh, okay. Ich war mir so sicher, dass Marv es ist. Ich bin unschuldig, Leute. Ich bin auch gar nicht bei dir. Da, du, warum denkst du dir sowas aus? Ich seh Ravenetic Soul. Er ist in die Mühle gegangen. Ich bin nicht in der Mühle. Was? Was? Was war los? Was jetzt passiert? Killer Boy. Gute Nacht. Zardas? Wer war's denn? Hä? Jetzt muss ich bei allen euren Kanälen gucken, oder was? Wer war's denn jetzt? Ich war's nicht. Ich glaub, Zardas war's. Zardas. Kannst du es bei Marv zocken, wenn du es sehen willst? Nichts, aber Zardas ist wirklich. Marv macht das gerne, diese Random Kills. Kuss. Deswegen hat er auf mich geschossen. Nee, ich hatte das Gefühl, weißt du, du bist da oben rumgeeiert. Ich hatte das Gefühl. Jetzt ist Xardas sauer und regnet nicht mehr mit uns. Xardas, du lebst wieder, ne? So fühlte ich mich auch, als Marv mich einfach niedergeschossen hat. Genau, und ich recht hatte. Und alle gefeiert haben. Die Traitor-Runde, die ich einmal hab pro Map. Geht mir aber genauso. Also ist Zardas jetzt, der Traitor. War schon. Ist Zardas jetzt schon wieder tot? Nichts, aber das steht hier rum. Zardas ist jetzt im Endrange-Modus. Passt mal auf, dass ihr euch nicht einfach abballert. Zardas ist sauer. Marv? Was? Wo bist du? Bin hier oben beim Schiff. Willst du mich buchen? Komm mal zu mir. Oh, oh. Ich würd nicht zu ihm gehen. Ich würd... Oh, guter Tipp, guter Tipp, lieber Gens. Ich glaub, du hast das Spielchen mal gespielt, ne? Ja, irgendeine Premiere-Modus muss man sich annehmen. Das ist richtig. Alter, wo ist Marv? Komm hier die Leiter nicht hoch. Was denn? Ich hab Angst vor dir. Ehrlich? Xardas ist auch wieder da. Spätestens seit dieser eine Runde in dem Haus. Ich hab mal gedacht, ich... Ich verwirr euch mal mit rumstehen und nix sagen. Ja, das ist gut. Aber... Gebracht hat's ja auch nix, weil ich eh inno bin. Von daher... Xardas vertraue ich nicht, deswegen renne ich einfach mal weg. N-Wert geschossen. Oh, Fischkopf. Fischkopf. Fischkopf hat geschossen. Für was? Fischkopf hat geschossen. Irgendwer ist gestorben. Hallo, Leute, ich hasse euch. Das kann ja wohl nicht angehen. Immer, jedes Mal, Xardas, stopp. Ah, servus, Fischkopf. Wie stopp? Ich mach gar nix. Hallo. Dalu? Guten Tag. Was denn? Warum sagst du nichts? Weil du der Traitor bist und ich Schiss hab. Ich seh Xardas. Ich seh Granz. Hallo, Granz. Ich seh Dalu-Kart. Alter. Ich glaub, Fischkopf ist es, er hat nämlich grad geschossen. Wie hast du das denn über den gesehen? Ich glaub, es ist Granz, der hat nicht mehr volles Leben. Was ist das denn für eine Gründung, der Traitor? Wir müssen uns irgendwelche Fragen überlegen, die man beantworten muss. Wie denn? Ja, ich weiß nicht. Irgendwer ist viel zu weit weg und sagt schon die ganze Zeit nix. Der snipert oder campt irgendwo. Ich bin voll am campen. Hat irgendwer mal aufgesehen. Ich glaub, es ist Xardas und der hat's auf mich abgesehen. Ich glaub, es ist Fischkopf. Ich glaub, es ist Granz. Irgendwann muss es ja mal Granz sein. Ja, ich bin der Zater, Alter. Irgendwann muss es Granz sein. Stardust läuft hinterher, Granz. Das Ding ist, hat jemand mal abgesehen oder nicht? Schade. Wer war das? Ja, das kann doch wie Ravenetics wieder sein. Also Granz war's nicht scheiße. Aber irgendwann... Ja. Irgendwann muss das ja mal sein. Die Mühle hier ist offen. Und hier ist Blut. Kann beinahe nicht kommen? Ja, wieso schießt ihr jetzt auf mich, ey? Obwohl, hier könnte auch Granz mich verletzt haben. Ja, aber ich wollte halt einfach mal... Ich dachte, Granz wär's jetzt echt mal. Deswegen schießt du irgendwelche Innozenz ab. Ja. So bin ich. Das ist mein Lebensmotto. Ah, Fischkopf, Fischkopf ist es, Fischkopf ist es. Alter, der war's ja auch nicht. Wieso killst du... Ja, er war's, er war's. Fischkopf. Hä, ich hab nicht gesagt, ich hab nicht gesagt, ich hab nicht gesagt. Ich war das, ey. Ja, sorry, Granz, ich dachte, du wärst es. Ich leute mich einfach an, ey. Granz hat nur 27. Der ist es, er hat die Idee. Boom. Granz hat keine AP, er ist es. Boah, toll, das bin ich hier gesporn. Das Blut in der Mühle war nämlich von mir, weil ich die Leiter runtergefallen bin. Weil es dann alle wieder immer, Marv, es ist Marv. Oh, ich glaub, Marv es ist. So, Leute, ich muss ich an dieser Stelle jetzt aber verabschieden, weil es... Letzte Runde, letzte Runde. Letzte Runde. Lass sie laufen. Ach komm, dann nehm ich noch mit. Letzte Runde. Letzte Runde. Ich werd zwar immer wieder innocent, ich war jetzt schon Traitor, aber... Ja, ich darf auch noch einmal Traitor sein. Pornseh, Dinger. Inno, 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 Inno. Ich auch. Mango ist es. Granz ist es. Was? Was ist das denn, Marv? Ja, Granz ist es, er hat volle Lebensenergie. Marv. Fischkrab. Marv. Fischkrab. Marv. Was ist das? Fischkrab. Okay. Stand off. Du bist es. Xardas ist bei mir, wenn ich aufhörte zu reden. Okay, Dalu ist es, Dalu ist es. Du Asse. Dalu ist es. Wo ist Dalu? Es ist Dalu. In die Psychospielchen wieder. Xardas. Xardas. Wieso Xardas, Alter? Xardas. Ich bin's nicht. Dalu, Dalu. Hör mal bitte, du bist so. Fischkrab, Fischkrab. Nee, wer war das? Ich seh dich gar nicht, Fischkrab. Wer war das? Wer hat auf mich geschossen? Der, der auf dem Baum war, hat auf mich geschossen. Nein, ich hab dich geschossen. Dalu, sag mal bitte kurz leise, sag mal bitte kurz leise. Dalu? Ja, Dalu, tu nur so. Ja, Dalu, tu wahrscheinlich nur so. Dalu, wenn du jetzt nicht wieder drehst, dann bist du... Fischkrab, mit wem warst du grad? Derjenige hat auf mich geschossen. Marv war auf dem Baum. Er hat auf mich geschossen, er hat mich fast getroffen. Ja, mich hat er getroffen, ich hab noch 23 Leben. Auf welchem Baum? Wir suchen Marv, Leute, wir suchen Marv. Okay. Küsse! Was ist das denn? Hab ihn. Ey, Fischkrab. Der war's gar nicht. Na sowas. Ach, shit. Oh, Leute, Alter, was... Leute! Ey, Alter. Alter. Alter, Leute, euer Karma. Oh, noch mehr Inno-Sendrückwärts. Dalu, 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 ich bin hinter dir. Sie alle nicht gejagt haben. Dalu, 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 hör mal zu. Dalu, Dalu, hör mal hinter dir. Du bist auch kein Traitor, oder? Dalu, ich bin hinter dir, nicht, dass du hier... Ich bin kein Traitor, nein. Ja, deine Buchstabe, deine Buchstabe immer Inno-Sendrückwärts. Das steht doch unten links auf deinem Bildschirm. Der ist ja ganz einfach. Also, es ist mal... ein C, ein N, ein E, ein C, ein O, N, 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 Ich geh da hin jetzt. Hier ist doch niemand. Zardas, geh mal vor. Zardas, renn voll rein. Ich hab nur ne Shotgun. Rush die Tür am besten. Wie sie Angst haben. Ich wusste, er ist Grants. Ja klar, Dalu, lecko mio am Sack, Alter. Und Dalu kann was auch nicht. Okay, das ist jetzt doof. Aber Dalu hat Xardas umgebracht, ist so. Hier ist Xardas. Ich hatte das Gefühl, das hat Grants getan. Ja, Grants hat nur 28 Helft. Er ist es wieder. Grants. Grants, wir sind die beiden letzten Lebenden. Na, fick dich. Jetzt war's echt mal, Grants. Alles klar, echt geil, Alter. Hau rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.